Kankanasana ist die Armreifstellung. Kankana ist der Armreif, beziehungsweise eben die Handkette. Ausgangsposition ist Gomukasana, also die Kuhmaulstellung mindestens für die Beine. Gib also die Oberschenkel übereinander und gib die Füße seitlich an dein Gesäß. Dann fasse mit beiden Händen an die Füße oder Fußgelenke und beuge dich nach vorne und bringe so den Kopf zum Knie hin. Diese Stellung dehnt die Hüften sehr gut und ist eine Gegenstellung zu den seitlichen Spreizübungen beziehungsweise auch zu den Rotationsübungen für die Lotusflexibilität.